Hallo Leute, Takeo hier. In diesem Video möchte ich euch schnell zeigen, wie ihr effektiv den täglichen Wintertagserfolg Skritt-Treffer am Wintertag abschließen könnt. Kauft zu Beginn hier beim Seraphen-MPC in Götterfels zweimal verschlossene Packungen mit Schneebellen und nehmt anschließend die Wegmarke Eisteufel im Lornas Pass. Hier laufen wir dann zum Panorama in der Höhle. Oben angekommen können wir dann eine Packung mit Schneebällen öffnen und das tolle ist, dass die Schneebälle dann alle zu unseren Füßen sich sammeln. Jetzt müssen wir einfach nur die Schneebälle nehmen und die Skritt unter uns abwerfen. Haben wir das zehnmal gemacht, dann bekommen wir den täglichen Erfolg. Das geht also um einiges schneller und einfacher als auf die Spenden im Chrome-Pavillon zu warten und ich bedanke mich fürs Zuschauen, man sieht sich dann im nächsten Video. Bis dann Leute, macht's gut, ciao.